Servus, Performance, Flora, und herzlich willkommen zu meinem Video bei Performance 61. Performance, Flora, hat nichts mit Performance zu tun. Das ist ja, fertig ist! Wenn aus einem Plan Realität wird, dann sieht das Ganze so aus. Nein, das ist schlimm, wir haben Geschirr auch. Ich habe euch ja versprochen, wir machen jetzt wieder ein Video mit Autos. Wenn du zum Performance-Floor machst, machst du Arbeit dort, dann machst du so. Aber nach dem Essen und Knoblauchdampf hast du Performance-Floor-Baum, Gott sei Dank. Shisha was? Shisha! Graubemitsa! An der Stelle, Luki, das nächste Mal so ein kleiner Hinweis. Du, Gianni, das Ding ist frisch gestrichen. Wäre toll, weil die Farbe habe ich teilweise immer noch an meinen Händen, weil ich sie nicht wegkriege, da das Ding ja frisch gestrichen ist. Scheiß gerade mache, Zeitending. Gerade, Zeitending. Genial! Hier und da hinten. Hallo. Hallo. Willkommen, Freunde. Ich bin euer Gianni. Wir sind hier, da ist der, wo wir sind? Nein, der ist da nicht. Er hat noch nichts getrunken, der ist noch nicht und das ist das Schlimme. Ihr solltet den mal besoffen. Kleiner Zwischenstand, es wird soweit ganz gut. Ich weiß einfach, ob ich gerade so gemacht habe, wie ein Taubel. Wie heißt das nochmal? Rettungsgasse. Sicherheitsgasse. Jetzt sind wir da bei Levella. Jetzt parken wir ganz kurz. Geschäftsleitung. Ja, das passt. Passt, oder? Ja. 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 Ja.